Ja, servus meine Freunde, willkommen zum NBA Supercard Video bei mir auf dem Kanal Mr. Angezockt. Schön, dass du eingeschaltet hast und das bei WWE Season Ende ein bisschen ruhiger wird, bin ich mehr in NBA drin. Habe auch das letzte Event mitgespielt, bin jetzt nicht auf die Eventkarte gegangen, sondern auf die Packs. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was ich bei mir getan hatte. Ich hatte nach meiner Pause 400-500 Picks runterzuziehen, habe da relativ in Ordnung gezogen. Und jetzt bin ich halt immer noch auf der Funke, aber das wollen wir heute hier im Video ändern. Ich habe fleißig geplaylevelt und dachte jetzt, das Schöne mache ich mit euch zusammen. Also hier Aya Wilson, genau, die habe ich zweimal, also einmal bei meinen 500 Picks gezogen und einmal noch mal kurz danach, was sehr nice. Sehr, sehr schöne 2020 Karte und hier Joe Inglis habe ich aus dem 14K Super Shop Pack mir geholt. Da würde ich mir auch durchaus, wenn ich die 14K noch mal voll habe, das ist sehr weit weg, noch mal ein zweiter holen, um da weiter halt noch ein Pro zu haben. So, wir hüpfen kurz zum Deck und gucken, also ich bin Funke Plus, habe hier meinen Luca Doncic und auch noch hier ein Fusionspro James Harden und halt zwei Dieven hier und hier nochmal ein Eventkarte von Anthony Davis von, ja, wie heißt die Stufe? Zu viel neue Stufen, ihr wisst, ich will immer Malstorm sagen, aber Malstorm ist BWE Supercard, Vortex heißt sie. Und darum denke ich mal, wenn wir jetzt meine beiden Karten kombinieren und trainieren, nämlich beide geplaylevelt und hier einmal kombinieren, toll, sehr schön und auch hier Aya Wilson, wenn wir die kombinieren. Dann können wir Filter trainieren, dann denke ich, werden wir doch auf die neue Stufe bringen, das ist mindestens mein Ziel heute hier im Video. So, 400er, trainieren wir hier ein bisschen, Filter, so, gucken wir, was wir da alles jetzt reinstecken können. Ich will ja natürlich alles noch in zwei Sterne kriegen, das ist ja mein Laster bei allen Supercards, dass ich alles gebroht haben möchte, um ein Full-Sterne-Kartenkatalog, der ja unmöglich zu machen ist, zu bekommen. Aber wenigstens in die näher Richtung gehen, kommen viele gute rote Futterkarten. Die ist schon direkt, ach, klappt schon, auch wenn die Downtown-Karte noch nicht pro ist. So, Deckstufe. Schön, dann gehen wir nochmal Deckeditor, checken nochmal, ja, wir sind da safe, Downtown. Jetzt habe ich noch ein paar Packs, nämlich, also wir machen nochmal so Ticket-Packs auf und wir machen noch ein paar andere Sachen auf, die sich so angesammelt haben. Viel ist es jetzt nicht, aber trotzdem weg mit Werbung. Aber, ja, mal gucken, mal gucken, was es so gibt. Ich bin schon sehr gespannt, also, was haben wir hier? Wir haben noch wilden Mittwoch, die hätte ich natürlich erst fertig machen können, aber da haben wir noch was für tägliche Aufgaben, können wir auch wieder ein paar Sachen einfordern. Dann haben wir halt ein paar Ticket-Packs, die wir aufmachen können. Hallo, nicht so trödeln. Dank nicht für noch eins. Das hier finde ich viel, viel besser als bei WWE, dass die, die man einfordern kann, einfach nach oben rutschen. So, Ticket-Shop, 25 Tickets, das heißt, wir können fünf Stück aufmachen. Kriegen jetzt halt auch eine solide Chance auf. Eine Downtown-Karte, eine Funken ist okay, da weiß ich leider gerade nicht, wen ich habe. Aber das ist, Funken-Pro sind ja auch noch gut, auch für die anderen Decks da. Aber, die war, ach, die, eine Woman. Jetzt wäre es schön, wenn wir da wenigstens so eine Downtown-Karte draus kriegen würden. Noch mal eine Funken, für Young, okay. Habe ich, aber zwei haben wir noch. Yes! Nein, das ist ein Unterstützer. Ah! Wecklich. Heißes Händchen, okay. Komm. Gönn. Eine Karte. Yes! Wirklich jetzt! Diesmal yes! Und wen haben wir? Äh, Marc Gasol. Okay, ist, glaube ich, einer der guten Karten. Sehr schön. Jetzt können wir unseren Freebie natürlich noch einholen. Aber wir haben auch noch ein paar andere Packs und Belohnungen, die wir aufmachen können. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal Freebie. Äh, oh, die sind auch fertig. Oder einfach nur ein. Den hatten wir schon mal später. Jetzt gehen wir ans Draft Board. Haben noch zwei Picks übrig. Wäre halt sehr nice. Leider auch ein ganz volles Board. Äh, wäre sehr nice, wenn wir relativ früh die Karte ziehen. Vershop. Unverschämt, dass sie die Picks so teuer gemacht haben. Und wir nehmen direkt 25 Picks mit. Kingen wir auf jeden Fall unseren Reset. Und noch ein bisschen Futter. Der auch nice ist. Komm. Wir können uns noch eine Diva hinterher. Will er jetzt wirklich, dass wir alles runterziehen? Nein, will er nicht. Oh. War viel zu schnell. Schnell habe ich weggedrückt. Brandon Ingram war es. Glaube ich. Wir brauchen nicht hier weiter zu picken. Wo ist er? Locken wir auch. Ich bin gespannt, wenn die Single voll trainiert sind. Die kommen natürlich nicht immer die Männer in mein Deck rein. Das schaffen sie nicht bei den, auch die Diven in der Deck rein. Das heißt, wir müssen noch den ein oder anderen Pro dann kriegen. Mal hier gucken, ob was kombinierbares bei Vortex dabei ist. Äh, bei Funken dabei ist leider nein. Ähm, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch ein paar Packs. Heute die Lotter, 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 Letterbelohnung. Leider werde ich die nicht voll kriegen, weil ich habe eine Woche verpasst. Ähm, ein bisschen schade, sinnlos einloggen. Das könnte ich ja wenigstens. Guck mal, irgendjemand im Team ist noch online. Sehr nice. GZ, danke. Ähm, dann haben wir hier eine Leiderbelohnung, die ich aufgehoben hatte. Ja, wo wir auch nochmal eine Karte bekommen. Larry Bird, nice. Ich habe mir gar nicht angeguckt, welche Karten es gibt. Sehr, sehr nice. Larry Bird nehmen wir natürlich klasse mit. Einem Legende, Larry Bird. Und, ähm, dann haben wir noch ein paar Packs. Die, ähm, gut klar, die, Super Coins. Wir sind so nah an dem nächsten Pro. Nicht gut ist. Dann haben wir eine Momentum-Belohnung. Ein Bronsetier, also darum, das ist ein bisschen, äh, nicht relevant, würde ich mal sagen. Aber drei Momentum-Slots noch erspielt in der halben Woche. Belohnung einfordern, Achter. Glaube ich auch nicht so spannend, aber ich müsste noch eine bessere Pack dabei haben. Ich weiß halt nicht. Und dann kommen noch die zwei Roadtrip, äh, ich glaube Platin Plus Plus Packs. Auch hier ist nichts dabei, was uns bringt. Über die Champions-Belohnung als Fünfter noch auf. Also, ah, oh, sehr schön. Karten finde ich schon nice. Glaub, den habe ich da mit Pro. Äh, so. Äh, so. Pack 1. 2668. Da bin ich geworden. Wir fordern schnell ein. 59k Punkte. Uh, also erst mal hier. Ähm. Okay, ich wusste jetzt gerade nicht, Mann oder Frau, sorry für denjenigen. Aber, da sind immer zwei Karten drin. Das heißt, glaube ich, Miles Turner. Nice. Die Bilder sind echt gut. Also, ich werde nicht sagen, wie schön sie die da reinmachen. Da, ticken, besser wie Supercard. Mal gucken, ob das zweite Pack uns auch so könnte. Drittes Pack habe ich leider nicht geschafft zu erspielen. Könnt uns nicht. Ähm. Bäm. Bäm. A-D-Bayu. Bäm ist natürlich ein geiler Vorname. So. So. Upsa. Da drückt. Gut. Also, jetzt gucken wir noch mal ins Deck ganz kurz rein. Filter. Kombinierbar haben wir jetzt eine Funkenkarte dabei. Ist okay. Das ist Bäm. Ist auch geworden. Aber den muss ich beide noch playleveln. Dann gehen wir auf den Filter nochmal. Und gucken uns nur unsere Downtown Karten an. Klar, einmal, ähm, mein Pro, den ich für die 14.000 Coins. bekommen habe. Larry Bird, der dürfte wahrscheinlich auch der stärkste hier sein. Also, 9,40 als besten Wert. Sonst überall 9,40. 9,40. Hier ist zwar noch ein 9,38 dabei. Also, sehr nice. Sehr, sehr cooles Bild drauf. Jetzt gucken wir mal, was wir noch die nächsten Tage kriegen. Ähm, jetzt ob es, also ja, es wird mal wieder ein paar mehr NBA Supercard-Videos geben. Ich bin jetzt auch, unser Team ist sehr klein. Ich will es aber auch nicht jetzt wieder machen, weil ich weiß nicht, wie aktiv, wenn die neue Royal Rumble Stufe bei WWE da ist. Dass ich dann bleiben werde wieder, aber so jetzt mal wieder ein bisschen Stufe, wie der richtig Bock drauf, weil die Karten aussehen. Und wir gucken mal, was uns erwartet, ähm, was wir da noch so holen können. Ich kämpfe mich weiter, auch beim HP auf. Mittlerweile dann in die Gold-Liga hoffentlich dann bald hoch. Ähm, aktuell Silber. Ähm, und dann gucken wir, was uns erwartet. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal wieder einen Blick in NBA reinzuwerfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Daumen hoch, freue ich mich immer. Und Leute, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.